Hallo liebe Zuschauer, wir sind wieder mal bei Wilfried Ammer hier im Garten und haben heute was ganz anderes vor eine Fragestunde. Uns hat sich so ein bisschen was aufgestaut. Erst mal Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ein herzliches Willkommen wieder bei mir im Garten, bei uns im Kleingartenverein. Ich freue mich immer, wenn ihr da seid und wir können wieder einigen vielen Gartenfreunden hoffentlich mal ein paar kleine Tipps und ein paar kleine Anregungen geben. Beginnen wir mal mit dem Gurken. Ich habe es selber erlebt, das ist jetzt auch meine Erfahrung. Hups, die Gurken sind gewachsen. Die Blätter fangen an auf einmal gelb zu werden, weiß zu werden, Flecke zu kriegen. Obst und die Gurken sehen aus wie kleine Gurkchen. Was ist passiert? Was ist passiert? Es gibt sicherlich unterschiedliche Krankheiten, auch bei Gurkenpflanzen. Die meiste, die wir haben, ist ganz einfach eine Blattkrankheit, die bedingt auftritt durch unterschiedliche Temperaturen und unterschiedliche Feuchtigkeitswerte in der Luft. Wir haben heiße Tage gehabt in den letzten Wochen und jetzt haben wir plötzlich drei doch kühle Nächte gehabt. Und das greift die Gurken an. Wenn die Gurken im Freien sind, vor allen Dingen im Zelt weniger, weil dort doch relativ gleichbleibende Werte sind in der Feuchtigkeit, in der Temperatur. Aber im Freien kann das schon passieren. Das heißt dann, da ist der Mehltau drin. Das ist die Krankheit, die bei Gurken in unserer Region am meisten auftritt. Und was mache ich dann jetzt? Nicht. Wenn das anfängt und du hast eine gesunde Gurkenpflanze, dann abschneiden und weg damit. Die gesamte Gurke? Nein. Wenn das anfängt an einer Gurkenpflanze, schneidest du die befallenen Blätter weg. Wenn aber die Pflanze zu, das ist meine Einschätzung, zu mehr als die Hälfte geschädigt ist, raus. Damit die andere Pflanzen nicht mit beschädigt. Wenn ich sie entsorge, da hat es vorhin gerade so einen Tipp gegeben, wo entsorge ich es dann? Im Biomüll oder wo? Ich habe jetzt keinen Komposthaufen. Wenn es richtig geht, falscher Mehltau ist, kann das auf dem Komposthaufen. Wenn es uneindeutig ist, kann ja auch eine andere Krankheit mit involviert sein. In Hausmüll und vordermit. Okay. Gut. Das wäre jetzt schon mal die erste, das erste Thema, was wir angesprochen haben, wo ich jetzt, was mich ja selber ereilt hat. Keinesfalls in die Biotonne und keinesfalls im Gartenöffenkompost. Mhm. Gut. So. Und jetzt ist Tomatenzeit. Oh. Was gibt es da zu beachten? Gar nicht viel. Ja doch, ich habe auch wieder ein Problem gehabt, noch nie. Und jetzt habe ich es in diesem Jahr. Was ist denn dieses Jahr los? Ich meine, es ist gewachsen, es ist super, aber ich hatte dann, ja, die wurden dann watschig. Was haben wir denn in diesem Jahr? Wir haben eine Fortsetzung der trockenen Jahre von 2018 beginnend. So. Im Frühjahr habe ich noch eine Einschätzung gegeben, was sich auf unser Gelände hier bezogen hat, dass wir noch eine relativ gesunde Bodenstruktur haben, auch in der Oberflächenfeuchte, so 30 Zentimeter, weil wir ja im Winter doch einiges an Regen abgekriegt haben. Ist lange weg. Ist lange weg. Der Kleingärtner steht jetzt seit Wochen, gerade bei uns in Sachsen-Anhalt im Süden und in Westsachsen, vor der Frage, was machen wir? Was, wie viel gießen wir? Was gießen wir? Welche Pflanzen wollen wir erhalten? Wir haben ja was ausgepflanzt und ausgesäbt. Wir wollen ja auch was ernten. Ja, sicherlich ist es dann auch wieder eine Frage des Geldbeutels. Der eine hat große Wasserkontainer, so wie ich, zwei Kubik. Der andere muss überlegen, wo nimmt er das Wasser her? Und es ist schnell. Auch so ein Kubikmeter ist schnell alle. Ja, Tomatenpflanzen. Ich habe relativ spät angefangen, weil es immer kalte Nächte gab. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich wird insgesamt. Bei mir fangen die Tomaten an, Farbe zu kriegen. Ich habe die ersten Früchte geerntet. Der Geschmack ist schon da, aber es ist noch keine Vollreife vorhanden. Was braucht eine Tomate entgegengesetzt oder nicht ganz einverstanden, so mit der Gurke. Die Gurke braucht bloß Wasser. Das ist eine Wasserpflanze. Ja. Die Tomate braucht auch ein paar Nährstoffe. Gerade, wenn so eine Trockenheit herrscht wie jetzt. Der Boden verdichtet sich durch die Trockenheit ganz einfach. Weil, wenn du nicht von Beginn an lockerst, verdichtet der sich, da kommt ein bisschen Gießwasser drauf. Und das geht zwar noch so einigermaßen an die Wurzeln der Tomatenpflanze oder an andere Pflanzen. Aber es verdichtet sich der Boden. Also ein bisschen aufhacken, dass ich das Wasser an die Feinwurzeln besser verteilen kann. Und ich mache es so, ich habe Tomatenvolldünger, der auch für andere Gemüsepflanzen und auch Paprikapflanzen geht. Da ist nämlich so ein kleines Behältnis und kippt das auf zehn Liter Gießwasser. Und das jede Woche einmal. Mehr nicht. Schluss. Ich habe ja schon mal gesagt, im Frühjahr Langzeitdünger in der Erde, auch dorthin, wo Tomatenpflanzen sind. Und dann nur noch Flüssigdünger. Weil der Trockendünger braucht sechs Wochen, ehe das von der Pflanze her aufgenommen wird. Ich sag mal, Braunfäule nennt sich doch das auch bei Tomaten. Ja. Wie entsteht die? Weil die Tomatenpflanzen im Freiland, also jetzt nicht im Gewächshaus steht, zu viel Nässe abbekommen hat durch den Regen oder durch, ja, gießen und sprengen und du kommst ja doch mal dran. Oder haben sie zu eng gestanden oder was, was, wo liegt dann der Fehler, was heißt Fehler, aber wodurch kommt dann die Braunfäule? Es ist ein komplexes Thema. Braunfäule. Braunfäule kommt durch kaltes Regen oder Gießwasser von oben auf die Pflanze. Es wird ja immer so schön gesagt, gießen in den Abendstunden, gerade bei dieser Hitze oder in den frühen Morgenstunden. Ich bevorzuge die frühen Morgenstunden, weil das Gießwasser geht dann, auch wenn es mal was über die Pflanze geht, wird von der Sonne weggenommen und verdunstet. So, dass die Angriffswirkung auf die Pflanze nicht so groß ist. Währenddem, wenn in der Nacht über die Pflanze gegossen wird und die Nacht wird kühl, dann entwickelt sich Braunfäule. Okay. Es wird immer so schön gesagt, 60 Zentimeter Abstand. Ich mache es auch nicht. Ich habe 40, 50 Zentimeter Abstand und ich mache eins. Und das ist wichtig bei großen Tomaten. Ich habe vielleicht 17, 18 Tomatensorten verschiedener Art in diesem Jahr wieder. Kleine, große, italienische, längliche, russische, wie auch immer. Ausgeizen. So, dass die Pflanze schlank nach oben wächst und jetzt haben wir Ende Juli, dann wird die Pflanze oben gekappt. Okay. Dass die Pflanze nicht mehr weiter wächst, keine neuen Blütenstände mehr ausbildet und die Kraft in die zu reifenden Früchte lenkt. Okay, da sind wir schon mal beim Wegmachen und dann kommen wir zum nächsten Thema. Wegmachen heißt, wir kommen zum Thema Wein. Es gibt ja viele, die zu Hause auch eine Weinriebe haben etc. Da hängen jetzt so schöne Weintrauben dran und da hast du mir gesagt, das müsste jetzt so ein bisschen geschnitten werden. Nun bin ich beim Wein nicht der große, wie soll ich denn sagen, der große Macker. Ich sammle selber noch Erfahrung. Ich habe zwar zwei Rebstöcke an der Hüttenwand, die behandle ich auch nach meinem Wissensstand. Und jetzt ist es wohl so, dass der Wein sich rausgebildet hat und richtige Trauben gebildet hat. Und das heißt so, die Pflanze wächst ja weiter. Und es findet ja, damit eine Frucht an der Pflanze wachsen kann, braucht die Pflanze Blätter. Und dort drin findet ja die ganze Photosynthese statt. Sprich, dort werden die Nährstoffe hergestellt, die die Pflanze braucht. So, und nun hast du aber ein Wachstum, auch gerade beim Wein. Und da solltest du gucken, was sind lange Triebe. Da ist nicht eine Traube dran oder bloß eine kleine Minitraube. Rigoros wegschneiden, dass der Wein auch Luft kriegt, dass dort die Luft durchgehen kann. Währenddem, wenn du jetzt so einen langen Trieb hast und es sind richtig großartige Trauben dran, habe ich früher auch den Fehler gemacht. Ich habe den Trieb unmittelbar hinter der Traube abgeschnitten. Falsch, ne? Du sollst das noch sechs, sieben Stationen, wo sich Blätter bilden, dranlassen und vorne das Ende abschneiden. So, jetzt habe ich mir hier noch aufgeschrieben oder wir hatten das ja schon ein bisschen abgesprochen. Es gibt ja auch noch andere Obstsorten, sprich Äpfel, Birnen, Pflaumen. Was liegt Ende Juli bzw. jetzt im August dann an? Wir beginnen jetzt so richtiggehend mit der Apfelernte. Die ersten Sorten sind reif, wie der alter mitteldeutscher Begriff, der Kornapfel. Ja, na klar. Offiziell heißt der Klarapfel. Aber das sind jetzt die erste Sorte, die reif ist, die runterreißen, reinbeißen, essen, muss klassisch schmecken. Saftig, süß. Und dann reifen die nächsten Sorten nach. Wir beginnen jetzt. Meines Wissens ist das so vor acht, neun, zehn Jahren losgegangen, dass die Obstbauer gesagt haben, wir brauchen einen dritten Schnitt, einen sogenannten Sommerschnitt. Und da wird so gearbeitet an einem Apfelbaum, genauso ähnlich wie an einer Pflaume, dass dort die Wasserreißer, haben wir schon, ich bin im letzten Mal an der Pflaume demonstriert kurz, dass die rausgerissen werden. Einfach abreißen, dass sich nichts wieder dort bildet. Nun ist es aber beim dicht wachsenden Apfelbaum auch so, dass der ausgeschnitten werden muss, darf. Und mein Vater, vor allem mein Schwiegervater, der hat mir mal beigebracht, ein guter Apfelbaum wird im Frühjahr schon so geschnitten, dass du zweimal die Mütze durchwerfen kannst. Also Licht. Da wächst von alleine zu. Und das haben wir jetzt im Sommer. Die Bäume sind zugewachsen. Sehen wir dann auch wieder. Und die dürfen auch ein Stückchen ausgeschnitten werden. Das ist dieser Sommerschnitt, dass dort wieder die Luft durchgehen kann. Wir haben im Moment durch die Hitze und durch die intensive Sonneneinstrahlung auf der anderen Seite das Problem, dass Äpfel, die direkt der Sonne ausgesetzt sind, einen Sonnenbrand haben. Das geht los. Das sind solche kleinen gelben Stellen, die werden dann richtig groß. Das sieht dann braun aus und fast bösartig. Die Äpfel müssen runter. Sofort weg. Die können auf den Kompost, da passiert nichts weiter. Aber weg vom Baum. Ich danke dir erstmal. Ich habe zu danken. Ich danke dir.